Hallo! Hallo Freunde! Wir haben heute Freitag und wir haben eine ganz besondere Aktion. Bevor ich mich hier jetzt wieder verhaspel und alles durcheinander bringe, gebe ich das Wort gleich mal an Kerstin ab. Es geht einfach um Freundschaft. Wir feiern den Tag der Freundschaft, der ist am 30.07. und deshalb gibt es nächste Woche in einer kleinen limitierten Auflage diese wunderschönen Postkarten, die man dann einfach einem lieben Freund mal zukommen lassen kann. Freunde sind wie Sterne, sie strahlen auch im Dunkeln. Danke, dass du da bist. Das kann man einfach öfter mal sagen und deshalb gibt es diese schönen Postkarten. Die sind toll. Ab Montag am Montag. Am Montag, genau. Und dazu gibt es noch eine richtig coole Aktion und zwar neue Stempelsets, die man ab einem bestimmten Einkaufswert sich auswählen kann. Also Goodies, so wie die Mahlvorlagen. Richtig, genau. So wie die Mahlvorlage wird einem das im Warenkorb dann angezeigt und dann kann man sich welche auswählen, kriegt man dann angezeigt und dann kann ich mir einen auswählen. Wie viel haben wir zur Auswahl, Kerstin? Also es sind ganz viele Stempelsets zur Auswahl. Die wechseln auch gerne mal in den Stufen. Also es ist so, dass man ab 89 Euro darfst du dir ein Stempelset aussuchen. Das hast du so drei Stück vorgeschlagen. Ab 180 Euro darfst du dir zwei Stück aussuchen und ab 360 Euro Bestellwert darfst du dir drei Stempelsets aussuchen. Das ist schon fett. Ja, das sind aber auch ganz tolle große. Und wie gesagt, sie werden auch mal wechseln. Okay. Dass also die unterschiedlichen Gruppen mal drin sind oder mal verschiedene. Das heißt aber auch, es gehen nicht alle gleichzeitig rein, sondern irgendwann kommen mal wieder welche hin. Genau, neue. Und wir haben hier jetzt schon mal eine kleine Auswahl. Richtig, genau. Ich denke, das ist noch nicht alles, aber da kommt noch was. Und ich finde, die sind ja so ein bisschen angelehnt an unsere, sowieso an unsere Karten. Genau, da hatten wir ja ganz viele Postkarten. Genau. Und daraufhin sind diese Stempelsets entstanden. Da kommt zum Beispiel hier Liebe ist die Antwort. Das ist zum Beispiel total schön. Die Schrift ist wieder toll. Dann kommt Danke vom Herzen. Und es ist in jedem Set ist immer dieses kleine Herz extra drin. Das kann man da raufsetzen. Richtig. Das kann man nochmal extra embossen und draufsetzen oder auf ein 3D-Kleber. Das ist ja auch eine schöne Idee. Und dann kannst du es immer nochmal extra an dein Wort dran machen. Das ist immer das gleiche Herz. Oh, schön, ja. Wunderlauern überall. Den finde ich auch gut. Ja, total schön. Oder Pusteblume. Ne, das ist eine Wunderkerze. Ich dreh sie um, es ist eine Pusteblume. Den findest du gut. Also Antje hat sich hier gerade den Herzhüpfer rausgesucht. Den finde ich auch toll. Ja, ich mag das hier unten. Das ist total schön. Herzhüpfer machen das Leben reicher. Warte, sie hat noch einen. Einen habe ich tatsächlich auch. Den hier. Oh mein Gott. Ja, der. Weihnachten. Das ist richtig schön. Oh, das ist für mich mit Brille. Die Zeit, in der nur Liebe, Plätzchen und Gemütlichkeit zählen. Kalorien verlieren ihre Wirkung bis Januar. Der ist toll. Ja, der ist super schön. Ich glaube, das ist auch mein Fall. Wir dürfen also ganz viel Schokolade essen. Schokolade, genau. Da passt dann super dazu. Schokolade fragt mich. Schokolade versteht. Ja. Und was für ein geiler Stempel mit dieser. Auch sehr cool, ja. Ja. Aber auch diesen hier. Sowas passt ja auch zur Konfirmation. Glaube macht alles möglich. Ja. Guck mal, da gibt es Glaube. Und es gibt die Liebe, die du eben schon hattest. Also Glaube, Liebe, Hoffnung. Ja. Hoffnung und Zuversicht ist die Kraft der Mutigen. Und dann gibt es Glaube, Liebe, Hoffnung. Oh, toll. Guck mal, das Herz hier mit dem Kreuz ist hier auch toll. Ja. Wunderschön. Und das ist nur eine Auswahl, ne? Du bist alles, was zählt. Du bist für mich das Wichtigste auf der Welt. Und dann die Schokolade. Das hast du aber schön gesagt. Ja. Und einfach ja. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Das ist ein Konfirmationsspruch. Ja, stimmt. Oder Trau. Aber ich glaube, bei der Konfirmation habe ich den schon ganz oft aufgesagt. Oh, wie toll. Und dann gibt es die Freude. Den finde ich am besten. Ist der Antrieb. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Ja. Oh, Leute. Ist das toll. Da kann man sich schon freuen. Ja. Ein schöner als das andere. Wechselndes Sortiment. Man darf sich gratis Stempel aussuchen. Das finde ich super cool. Ja. Und noch der Oberknaller. Jetzt kommt noch. Oh, ja. Hast du bis zum Schluss mitgewartet. Ja, natürlich. Bis die alle so wieder im Bild liegen und so. Ja. Es gibt ein Gewinnspiel. Wir brauchen die Karte noch da dran. Ja. So. Schön. Schön. Es gibt ein Gewinnspiel. Das läuft am 30.07. Und die Auslosung findet am 1. August statt. Zu gewinnen gibt es fünf mal drei Sets von den Gratis Stempeln. Überraschung, welche dann so drin sein werden. Also das ist dann eine Überraschung. Das heißt, ich nehme die drei und könnte die jetzt gewinnen. Vielleicht. Und Antje könnte vielleicht die drei gewinnen. Vielleicht. Und Ina gewinnt nichts, weil sie gar nicht mitgemacht hat. Richtig. Ina. Ina ist Mitarbeiter. Darf sie. Aber wir. Wir sind ja eigentlich gar nicht da. So. Genau. Also es gibt fünf Kinder, die drei Sets gewinnen. Und teilnehmen kann man, wenn man unter den Posts kommentiert. Bei Insta, bei Facebook und auf dem Blog. Also dann versuche ich das jetzt nochmal aus. Aber bei YouTube? Das weiß ich gerade gar nicht. Steht bestimmt dann Text nachher. Ja, bestimmt. Wir müssen noch mal nachfragen. Wir posten das quasi auf allen Social Media Kanälen. Genau. Und da wende ich einen Kommentar und da wird derjenige raus. Es wird nachher gelost. Und dann kannst du mit Glück drei Sets davon gewinnen. Wie einfach, ne? Ich brauche ja nur was drunter schreiben. Toll oder schön. Und schmuck die Wuppe habe ich die Chance zu gewinnen. Oder du machst einfach ein Herz. Ja. Oder du schreibst einfach was Wundervolles und Schönes anstatt nur ein Herz oder nur ein Toll. Vielleicht kriegst du dann höhere Gewinnchance. Ich glaube nicht. Nein, nein, nein. Aber schöner wär's. Sagen wir jetzt mal so, ein Wort müsste schon da sein. Und über den ganzen Satz freuen wir uns auch. Ja, natürlich. Punkt ist auch gut. Also tolle Aktion. Mega, mega tolle Stempel. Genau. Es gibt alle nur, solange der Vorrat reicht. Also es kann auch sein, dass einfach mal irgendwann jemand verschwindet. Also ein Stempelzett. Ja. Jemand verschwindet. Jemand der Stempelzett. Ja. Also das, das. Genau. Da haben wir dann, das ist dann so. Das ist dann so. Das ist halt eben. Aber es gibt so viele und es wechselt. Sehr schön. Nochmal ganz kurz. Ab wann kriegt man ein? Nur noch mal zur Info. Ab welchen Beträgen? Ja. 80, 89 Euro. Ein. Ein. 190 Euro. Zwei. Und 360. Nein, 180 Euro. Entschuldige. 180 Euro. Zwei und 360 Euro. Drei Stück. Super. Also. Gut. Es lohnt sich. Es lohnt sich, ja. Aber dann habe ich ja nur drei Sets davon. Und was? Also. Bestell ich fleißig. Bestellen. 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 Am Gewinnspiel teilnehmen. Ja. Und dann bist du ausgestattet. Genau. Mit diesen tollen Stempeln. Genau. Na dann. Viel Glück. Bis dann. Tschüss.